Und die Birgit. Wir haben auch von Sportler zu Sportler bei dir. Jetzt haben wir von Komiker zu Komiker. Wir haben auch super viel Spaß bei dem Platzreifenkurs. Und ich muss sagen, heute bei der Prüfung warst du beim Terry Nummer 1. Und auf dem Platz warst du der Beste auf dem Platz. Das ist schon ein bisschen logen. Nein, auf dem Driving Range warst du Nummer 4, aber auf dem Platz warst du Nummer 1. Herr Birgit, ich glaube, du hast auch sehr viel Spaß gehabt auf dem Platz. Und ich hoffe, dass du weiter machst beim Golfspielen. Und hier ist deine Urkunde des Platzes. Danke. Danke Trevor. Thank you very much. Oh, you're welcome. Thank you very much. It was a great pleasure. For me too. Thank you. Thank you.